Hallo zusammen, willkommen bei Minecraft, hätte ich jetzt gesagt, 7Ds. Jawohl, hallo bei Minecraft, schaut's, wow, diese Grafik in Minecraft, habt ihr das schon mal gesehen? Wir verraten natürlich nicht, welche Mod das ist. Weiter geht es jetzt und wir sind gerade unterwegs, looten einiges. Ich glaube, der Androin ist hunted, hat er gerade gesagt. Ich bin nicht nur hunted, ich habe in der Aufnahme an Zombie und ihm gerade das Gehirn rausgeschossen. Mmm, lecker, sehr cool, weitermachen. Und mein Inventar ist zum Bärsten voll, schon wieder einmal. Geh mal um den Keks. Ich werde jetzt einfach heimlaufen, das Ganze, oder in ein Auto reinstecken. Wow, den hat's gefetzt, das war ja geil. Bei dir ist es im Moment interessanter. Also, wenn ihr die Action sehen wollt, dann schaut's bei mir ein. Wenn ihr sehen wollt, wie jemand Erde schaufelt, schaut's bei der Dibre ein. Ja, das Schaufeln habe ich schon gelassen. Oh, bist du übergegangen zu Sand, oder bittest du Abwechslung? Den habe ich auch schon im Inventar. Äh, nein, ich loote, nicht looten. Ja, ich zerlegte da gerade einiges. Es war in dem Haus drin, das Haus voll nichts. Also, da war in keinem Schrank irgendwas. Das hört sich nicht gut an. Äh, ich habe übersehen, dass der nur umgefallen ist, aber noch nicht tot war. Das habe ich ganz vergessen. Diese... Ja, sag einmal, wie viel schluckt denn der jetzt noch? Den dritten Armbrustbolzen bleibst du jetzt liegen. Aber jetzt. Kurzer Zucker noch und vorbei ist. Ja, wie soll es so sein? Nur einmal kurz zucken. Also, du hast das leere Haus gelootet und war was Spannendes, ja? Im Leere... Im Loot vom leeren Haus. Im Haus voll nichts. Es ist im Moment sehr unspektakulär bei mir. Ach so, wissen wir eigentlich nicht. Das heißt, der Inventar ist voll mit nichts, oder? Ja, genau. Nein, ich kann es. Ich habe auch ein Auto zerlegt. Ähm, ja. Könnt ihr gleich die Erde raufschaufeln auf unseren Dachgarten? Siehst du, was es macht? Ich bin noch immer... Uh, das war aber jetzt knapp. Also, die Folge ist ja spannend bis zum Gehtnimmer. Ich kämpfe mich da voran, Zombie zum Nächsten. Für allen, denen Walking Dead zu wenig Action reich ist, scheuts beim Anduin ein. Seven Days Datei, Staffel 1, Abfolge, wo sind wir ungefähr 30? Geht die Post ab. Zombie Horden ohne Ende. Gemetzel. Platzende Köpfe, freie Gehirne. Mhm. Alles, was der Mensch braucht zum Überleben. Richtig. So, jetzt werde ich mal die Erde da einbringen. 14 Fleisch, hätte ich anzubieten. Eine Dose Hundefutter. Mhm. Eine Dose, äh, von dem, die große, äh, Beef, Beef-Ration, habe ich auch eine gefunden. Ist auch nicht so schlecht. 4R, ganz wichtig. Sehr gut. Eine Schimmelpizza, wichtig fürs Antibiotika, wie wir es denn mal können. Ja. Halbleere Batterie. Mhm. Ich habe jede Menge Reifen. Kann man die zu irgendwas verarbeiten oder brauchen wir die? Warte mal. Hey, die kann man noch verarbeiten. Was ist höher, äh, äh, na, lila. Also, dieses Pink ist höher. Lila ist die höchste Qualität. Okay. Wir haben, glaube ich, schon den, den x-ten Scheinwerfer. Habe ich auch gerade. Mhm, 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 mhm. Schauen wir mal da mal rein. Was tut sie da? Eigentlich nix. Wir haben mal kurz mal reinschauen, ob wir da schon gelootet haben. Ich glaube jetzt, dass ich da schon drinnen war, aber das ist ja ganz nah. Ja, sollten wir sollten in Zukunft die Häuser, wo wir schon drinnen waren, irgendwie kennzeichnen, oder? Ja, nein, einfach auf der, auf der Stadtkarte aufmachen und dann mit einem Edding und Bildschirm ein Kreuzl durch das Haus. Ja, genau. Also, ich nehme die Farbe Rot. Und du? Ähm, ich nehme, ich war gerade etwas abgelenkt, weil ich nicht wusste, warum meiner stöhnt. Ja, wenn du Rot nimmst, dann nehme ich, was haben wir denn noch, Blau oder Grün oder so? Irgendwas, was halt auffällt, was man sofort sieht, wenn man so einen Bildschirm aufträgt. Okay. Nicht, dass ich vorher erst die Kreuzl suchen muss. Oh. Na, aber das wäre schon toll. Also, die Funktion, siehst du, das könnte man direkt einmal ins Forum schreiben. So eine Editierfunktion von der Map, dass man einfach irgendein Symbol oder so setzen kann und abspeichern kann. Ein personifiziertes Symbol wäre nicht schlecht. Eben zum Beispiel so ein rotes X oder so für ein Haus, was gelootet ist. Das wäre wirklich cool. Ja. So wie bei einem Liedschirm, wenn er dort sitzt, der Will Smith und macht wieder so ein Kreuzl. Und auf zum Nächsten. Ich muss mir das mal genauer ansehen, was du dazuschreiben kannst. Naja, also jetzt übertreibst du. Das ist ja, das ist wieder typisch, Frau. Weißt du, der rotes Kreuzl, na, da müssen wir gleich Hello Kitty-Symbole und dazuschreiben. Da habe ich den roten Lippenstift gefunden im Badezimmer. Morgen schaue ich dann, ob ich noch den passenden Nageljappen im zweiten Haus finde. Genau. Und dann macht wieder zu das passende Auto. Das Badezimmer, ja, genau. Im gleichen Faktum. Wo ist es? Ach, herrje. Was ist uns wichtiger, ein Bild oder eine Pfeilspitze? Ich glaube, ich bin für die Pfeilspitze. Ja, die Pfeilspitze, eindeutig. Ach, mein Mädel. Ich höre Schritte. Warum höre ich Schritte? Gehen wir mal in Deckung. Ich war eben auf dem Dach unseres Gartens. Oder bin ich noch? Bist du hier irgendwo? Nein, ich sehe dich nicht. Ich bin überall und nirgends. Oh mein Gott, denn ein Albtraum. Ist der Albtraum? Er ist überall und nirgends. Das nirgends war ja nicht so schlimm, aber das ist überall. Was kommt eigentlich raus, wenn man so einen S*** zerstört? Ein Holz. Kein Scherz. Ein Holz kommt raus. Ich habe ein Scrapped-Metal rausbekommen. Ah, nein. Collect. Warum zeigt er auch ein Holz an? Da liegt jetzt der Teile reifen. Aber ich habe auch ein Holz bekommen. Mhm. Mhm. Irgendwie läuft bei dir das Game nicht rund. Warum? Es ist teilweise nicht logisch, was du von dir gibst. Ich meine, ich habe es nicht gesehen, ja. Und was kann da das Game dafür? Naja. Also, wie wenn das an einem Game liegen würde. Wie komme ich nur auf diese komische Idee. Nimm mich schämme. Jetzt ist er weg, wo ich endlich einen Platz gefunden habe. So Autoreifen sind immer das, was es früher mal war. Kaum drehst du einen in den Rücken zu, vermodern sie. Wirklich wahr. Ähm, ja. Für die Nicht-Österreicher, vermodern ist gleich verrotten. Mhm. Vermodern. Ja. So ist das. Hm. Wir haben Tag 13. Da ist es sehr ruhig. Muss ich ehrlich gestehen. Wir haben... Oh. Oh Gott. Gott sei Dank sagst du, du hast das jetzt komplett übersehen. Mhm. Wir sollten dann den nächsten Tag auf alle Fälle Woods-Bikes aufstellen. Ja. Ich habe nicht auch gerade geschaut. Und Erdgeschoss nur mal durchgehen, schauen, ob wir nur vielleicht die eine oder andere Fensteröffnung haben, die noch nicht verstärkt ist. Mhm. Beziehungsweise halt rausschlagen und Blöcke rein. Ja. Mit Holz und Eisen dann hochrüsten. Weil Tag 14 bedeutet die erste große Horde. Ja, wenn jetzt wieder der Fehler auftritt. Also Feral Horde. Feral Horde. Sorry. Nicht die erste große Horde. Die erste große Feral Horde. Wenn ich wieder der Fehler auftritt, dass wir auf Tag 11 zurückfallen, gell? Da habe ich bei einer Aufnahme von Walkra was Interessantes gehört, nachdem das bei uns passiert ist. Ja. Du solltest den Tag 14 komplett durchspielen. Du solltest dazwischen nicht den Server oder das Spiel beenden, weil dann kann es eben passieren, dass entweder die Horde nicht kommt oder eben, dass da zum Beispiel, kann durchaus sein, dass von uns auch, das war dieser Datumschange. Okay. Weil wir haben ja bei Folge 25 oder so, waren wir ja eigentlich schon Tag 14, aber halt tagsüber. Das war wahrscheinlich dadurch, dass wir den Server beendet haben, hat es uns da um zwei oder drei Tage dann Retour versetzt. Okay, das heißt, es wird heute noch ein etwas längerer Spieltag. Ja, oder wir hören jetzt dann auf und machen bei der nächsten Session dann einen kompletten 14er durch. Müssen wir sich überlegen dann außerhalb der Aufnahme, wie wir weitermachen. Mhm. Stimmt. Allerdings. Ich suche mich im nächsten Haus. Vielleicht bekomme ich jetzt mehr raus als knappes Nichts. Eigentlich bin ich Landschaftspfleger. Reinige alles von Büschen und struppigem Gras und... Ähm, warum kann ich? Okay, sagen wir... Eigentlich kann es mir egal sein, warum. Sag mal, wenn ein Haus verbarrikadiert ist, sind dort meistens drinnen Zombies oder irgendwas? Nein, habe ich noch nie gehabt. Okay. Oh, auf der Mülldeponie liegt oben drauf, ähm, ein Wandsafe. Sehr cool. Ja, finde ich auch. Ähm, und ich bin hunted. Wann bin ich hunted? Wo? Ah, der. Okay. Na komm her. Tun uns da eh nirgends rauf. Nicht, dass er groß redet und dann steh'n uns bei mir. Hä? Ja, da schlägt er sich ja schon durch zu mir. Na komm her. Na komm. Ja, na komm. Leg im Krümel. Hey, du musst da jetzt nicht den ganzen Zaun zusammendeppern. Es reicht, wenn du einen rausnimmst, einen Block. Zack, genau. So, zack, haben wir eins. Und schon liegt er. Hm. Was kommt da der Nächste jetzt, oder was? Was ist jetzt mit euch? Ui. Ui. Der ist beleidigt. Okay. Also manchmal sind sie mir nicht klar. Jetzt tut er Luftboxen da draußen. Mhm. Und es ist rumgefallen. Ups. So, Pech. Stehst du noch mehr rauf? Ups, aber. Steht er noch mehr rauf, oder nicht? Ich will da raus. So. Danke. Ich will dich dann langsam zurückkommen. Na, meine Zeit, gell? Für? Äh, ja, dass ich noch ein bisschen loote. Achso, na, du kannst looten. Was passiert eigentlich, wenn ich mitten im Haus einen Baum fälle? Oh, das gleiche, was bei meinem passiert, das erlöst sie einfach in Luft auf. Das war ja dieses interessante Experiment da vorhin. Ähm, okay, ja. Letzten Spieltag, glaube ich, war das. Oder eh, jetzt vorhin. Verstehe. Du hast recht. Ich schlag mich hier durch die Gegend und auf der Rückseite ist eine Tür. Super gemacht, Tibra. Sehr intelligent. Ui, ja. So, ich solltet nicht reden. Jetzt renne ich mal rund um den Wandsheif, wenn nicht, dass er von hinten offen ist. Nein, er ist überall zu. Da ist er auch schon offen. Ja, brav. Was haben wir? Leather-Taining, das haben wir schon gelernt, oder? Die Frage. Leather-Verarbeitung. Eine Thun-Fisch-Dose. Was mache ich jetzt? Schauen wir mal. Aber ich glaube. Oh, was legt jetzt auch da rein? Ja. All Receipts already known. Das macht gar nicht. Schmeißen wir da rein, holen wir zu einem späteren Zeitpunkt wieder ab. Oh, dieses Haus hat einen Keller, glaube ich. Die zwei Bücher schmeißen wir auch vorläufig da rein. Und man dann später ab. Und das dann immer mit zu seisen. So, und ab nach Hause. Ach, du kackehände, ich kann nichts mehr nehmen. Da ist er... Da legen wir das noch rein. Ich change gerade ein bisschen was herum. Mitnehmen kann. Oh, lass die Brücken. Gut, okay, scheißen. Entschuldigung. Ähm, ja. Nicht mit Wut looten. Oh, ich setze mir hier ein Zeig. Depperst du gerade irgendwas zusammen? Ja, ich habe was gedeppert. Okay. So, was machst du gerade? Ich baue eine Brücke. Okay. Soll ich es wegnehmen oder bist du am Weg? Ich komme schon angelaufen. Ich komme schon angelaufen. Es ist 7 Uhr. Es wird Zeit. So, ich bin... Aha, jetzt fängt es bei mir etwas mehr ins Ruckeln an. Okay. Spannend, spannend. Ah, ja, da höre ich sie. Man kann ja gleich die Wutframs eigentlich weglassen. Ja, etwas sinnlos. Wenn ich sie aufstelle, dann ist sie 10 Sekunden später weg. Oh, ah ja. Was dann? Wir haben da einige Fensteröffnungen, wo nur Wutframs drin sind im Erdgeschoss. Ja, dann... Das wird Zeit. Da wird es Zeit. Dann werde ich gleich anfangen mit dem... Öl. Oder? Jetzt kann ich das nicht aufnehmen. Ach so, da kriegt ich nicht. Ach, hier ist das alles so schön. Und dort, wo wir nur so diese Verbarrikadierung drin haben, soll ich die auf Wutframs austauschen? Ersteht diese Faserplatten. Ja. Okay, jetzt ist es 19 Uhr, somit ist es kein Thema, das wir bisher rumheben. Na, ist kein Thema. Haben wir den schon geöffnet? Ja. Dürfte vor dem Urlaub schon aufgemacht haben, den See. Das ist ein Thema. Wir machen uns eine Stone X, wenn mir geht das. Oh, Wood Frames. So, jetzt bin ich da. So, das ist mir zu. Ah ja, da helfe ich dir aber glatt. Ist alles andere schon zu? Andere Seite habe ich gerade zugemacht. Direkt bei der Tür haben wir noch etwas offenes. So, ich schau nur, ich habe 26 Scrapped Metal, soll ich die auch gleich verarbeiten? Was sagst du dazu? Ja, da kommst du aber nicht weit. Ah, stimmt. Aber du kannst natürlich vorher, weil ich hätte schon vor, dass wir es mit Scrapped Metal auch noch wirklich zumachen. Okay. Also aufrüsten, hochlegen. Okay. 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 Und fertig ist es schon. Eines habe ich geschafft. Ja, da geht ziemlich viel weg. Ich habe ja da schon einige Blöcke einmal gemacht. Das war eine Menge, was da weggelaufen ist. Das ist eh schon alles ausgenommen. Ja. Aber den Rahmen rausschlagen. Überall. Ja. Und wir setzen eine Tür rein. Glaube ich, ist ein gescheitern. Ja. Metalltüren werden wir da reinsetzen dann. Mhm. Bei Zeiten. Gut, da brauchen wir eigentlich nichts machen, weil diese Metallgitter da, die sind nicht so schlecht. Das ist durchaus in Ordnung von der Qualität her. Die Tür da ist zwar gelockt, aber ist okay. Da können wir die ganzen Metallregale dann noch abbauen. Ich werde einmal kurz das Scrapped Metal von oben holen, weil wir haben ja wieder einige. Das. Zack. Okay. So, was haben wir? Wir haben da Batterie. Die kommt da rein. Die Batterie. Haben wir eigentlich. Du hast mir gesagt, du wirst mir irgendwann hier in der Mitte eine Säule raufbauen. Ja, stimmt. Die werden wir auch in der Nacht jetzt dann angehen. Was die endlich einmal steht. Baumwolle. Eine einzelne Baumwolle. Was du mit dir? Ich schmeiße einfach einmal so da rein, oder? Irgendeine Kiste, hä? Dann ein Weaponry Bear Kit habe ich bekommen. Ich schmeiß mal auch da rein. Was haben wir dann noch? Gut, Debris. Das gehört da rüber. Das gehört dann da zum Essen. Der Kloßfragments. Komm ich da rein. Das gehört da jetzt rüber. Und da haben wir noch Animal Hides. Animal... Na komm ich ja da. Animal Hides. So. Dann haben wir vier mal Goldenrod. Kommt hier hin. So. Liebe Zuseher, ihr seht, wir arbeiten an unserem Häuschen, dass wir das einfach wunderbar verstärken, damit keiner mehr rein kann, dass wir alles ausschlachten. Ja, und das wird einfach unsere Nachtbeschäftigung aussehen. Denn wir sind mit der Folge eigentlich wieder durch, ne? Genau, wir sind ziemlich durch. Ja, dann wie immer hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würden wir uns freuen über Daumen hoch, Abo, liken, weiterempfehlen und alles, was sonst noch dafür sprechen würde, dass der eine oder andere bei uns zuschaltet. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn es heißt, 7 days to die, let's play together. Ciao. Alles klar. Ciao.